Herzlich willkommen zu Thema ätherische Öle für Kleinkinder und Babys. Mein Name ist Anja, ich bin Spezialistin für ätherische Öle. Ich bin Founderin der Meine Ölwelt und ich bin Mama von zwei kleinen Mädels. Die eine ist vier, die andere ist ein Jahr alt. Und ich arbeite jetzt seit vier Jahren mit den ätherischen Ölen. Das heißt, während der ganzen Kleinkind- und Babyzeit von meiner Großen und bei der Kleinen sogar in der ganzen Schwangerschaft und wirklich seit Geburt an begleiten, uns die ätherischen Öle. Und heute möchte ich dir einmal ein paar Dinge zeigen, was du bei Kleinkindern mit ätherischen Ölen vielleicht ein bisschen beachten solltest und welche ätherischen Öle sich denn super eignen, um mit den Kleinkindern und Babys zu arbeiten. So wundervoll, dass du dabei bist. Vielleicht hast du dich schon angefangen, mit ätherischen Ölen zu beschäftigen oder benutzt sie auch vielleicht schon ein bisschen länger und bist dir aber ein bisschen unsicher, weil du ein Kleinkind oder ein Baby zu Hause hast. Und das ist auch nicht ganz ungerechtfertigt, denn bei Kleinkindern und Babys gibt es schon so ein paar Sachen, die man beachten muss. Aber du kannst ätherische Öle so wundervoll für dein Kleinkind und dein Baby benutzen. Und ich habe das, wie gesagt, schon die letzten vier Jahre gemacht und zeige dir jetzt mal so ein paar verschiedene Öle, die sich super dafür eignen, mit ätherischen Ölen mit Kindern zu arbeiten. Vorab ist es auf jeden Fall extrem wichtig, dass du kein Pfefferminzöl für dein Kleinkind oder Baby verwendest und auch darauf achtest, dass in deinen Ölmischungen, die du hast, wenn da Pfefferminze mit drin ist, dass du diese Öle nicht in Gegenwart von deinem Kleinkind oder Baby verwendest. Minzöl und auch andere Mentholöle, wie zum Beispiel eine bestimmte Art von Eukalyptus und Kampfer und noch ein paar andere ätherische Öle, sind für Kleinkinder einfach nicht so ganz sicher. Denn es kann sein, dass Kinder unter sechs Jahren möglicherweise allergisch darauf reagieren und dann in Atemnot geraten. Deswegen ist es ratsam, Pfefferminzöl zum Beispiel einfach gar nicht zu verwenden und bei allen anderen Ölen einmal vielleicht rückspreche, mit einem Berater zu halten oder wirklich nachzufragen, darf ich dieses Öl bei meinem Kleinkind oder Baby verwenden. Heute sage ich dir ein paar Öle, die du auf jeden Fall wunderbar verwenden kannst. Und was mir absolut wichtig ist, ist nochmal zu erwähnen, dass ich es hier bei den Ölen, die ich empfehle, immer um die doTERRA-Öle handel, beziehungsweise um therapeutische Öle. Ich kann nicht über eine andere Marke was sagen. Ich weiß nicht, wenn du andere Öle zu Hause hast als die doTERRA-Öle, dann musst du dich wirklich darüber schlau machen, ob die auch diese Reinheit besitzen, ob das bei diesen Ölen auch so ist. Die doTERRA-Öle sind einfach die hochwirksamsten und reinsten und deswegen kann ich da auf jeden Fall garantiert sagen, da darfst du das auf jeden Fall genauso machen, wie ich dir das weitergebe. Erstmal generell, wann darf ich denn überhaupt anfangen? Bei meinem Baby, bei meinem Säugling mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Da gehen die Meinungen oft auch so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, hey, warte auf jeden Fall, bis das Kind mindestens drei Monate ist, bevor du dann langsam anfängst. Die anderen sagen, du kannst einfach loslegen. Ich persönlich glaube, dass es einfach wichtig ist, auf die Dosis zu achten und dass man nur ganz bestimmte Öle verwenden sollte. Ich zum Beispiel hatte bei der Geburt meiner kleinen Tochter die Öle mit im Krankenhaus dabei und ich fand das ganz, ganz wundervoll. Ich hatte damals einen Diffusor dabei, den habe ich mir einfach direkt im Raum aufgestellt, in meinem Krankenzimmer. Ich hatte den schon für mich selber bei der Geburt dabei und habe die Öle da benutzt. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, zu dem ich ein extra Video machen werde. Aber für mein Baby, als es auf die Welt gekommen ist, habe ich den Diffusor dann aufgestellt. Da hatte ich dann das Balance-Öl drin. Balance ist auch schon gleich das erste Öl, das ich dir damit vorstellen kann. Balance ist ein ganz wundervolles, sehr sanftes Öl, eine erdende Mischung, Grounding Plant, um wirklich so diesen, dass man ankommen darf, dass man zur Ruhe kommen darf. Und gerade nach so einer anstrengenden Geburt, die ja auch für so ein Baby anstrengend ist, ist es schön, in dieser neuen Welt erstmal anzukommen. Und für mich war das wirklich ein ganz schönes Gefühl. Und ich habe das auch ganz wundervoll empfunden. Und die Kleine war super ruhig und entspannt. Ich habe da wirklich nur einen einzigen Tropfen rein und habe das dann auch nur für ein paar Minuten laufen lassen, dann wieder ausgemacht und einfach gelassen. Und immer wieder mal an- und wieder ausgemacht. Und habe das so ganz sanft einklingen lassen. Und damit komme ich auch zu zweitens. Wie kann ich denn die ätherischen Öle überhaupt bei meinem Baby oder Kleinkind anwenden? Generell gilt bei der Arbeit mit Kleinkindern und Babys, dass du immer die ätherischen Öle verdünnst und mit ganz wenig arbeitest. Weniger ist immer mehr. Und gerade bei Kleinkindern und Babys muss man sich ganz langsam an das Thema rantasten und dann können sie wirklich wundervolle Unterstützer sein. Wie könnte das Ganze ausschauen? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du ätherische Öle verwenden kannst. Bei Kleinkindern und Babys arbeitet man vor allen Dingen entweder mit Rollern. Die kannst du dann entweder selber machen oder dir fertig kaufen. Und da verdünnst du dann zum Beispiel einen Tropfen mit dem Rest Trägeröl, um da wirklich erstmal ganz sanft anzufangen. Für das Verhältnis gibt es dann Verdünnungstabellen, also wie viele Tropfen auf wie viel, für welches Alter ich verwende. Das kannst du zum Beispiel auf meiner Homepage nochmal finden, aber auch überall im Andersen im Internet ist es leicht aufzufinden. So, wenn du jetzt so einen Roller hast, den du dir vielleicht selber gemischt hast im richtigen Mischverhältnis mit dem richtigen Öl, dass du dann auch weißt, dass das gut ist für dein Kind, dann fängt man bei Kleinkindern und Babys immer an den Fußsohlen an. Der Erstkontakt von dem ätherischen Öl ist im Idealfall über die Fußsohlen, denn die Fußsohle ist möglichst weit weg vom Gesicht, von dem Atem, dass es einfach nicht so direkt der Schock ins Gesicht ist, sondern das ist weit weg. Und dann kannst du im Idealfall noch ein Söckchen drüber ziehen und dann kann sie sich auch nicht das Kind ins Gesicht stecken oder in den Mund stecken. Genau, das heißt, als allererstes mal ganz wenig auf die Fußsohlen auftragen von deinem ätherischen Öl und dann beobachte mal dein Kind. Wie reagiert denn das auf das Öl? Kann ich irgendwas spüren oder auch nicht? Wenn du dann merkst, okay, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, dann kannst du das Ganze ein bisschen steigern, ein bisschen mehr verwenden. So, also egal zu welchem Thema, mit welchem Öl du dein Kind das erste Mal in Kontakt bringst, mach es immer erst mal an den Fußsohlen. Irgendwann bekommst du dann auch ein Gefühl dafür, wie reagiert mein Kind auf dieses Öl und generell auf ätherische Öle und dann kannst du auch intuitiv nach deinem Empfinden mal schauen, hey, wie gehe ich weiter? Ich zum Beispiel verwende auf jeden Fall auch für den Bauch einen kleinen Bauchroller, wo ich dann einfach das Bauch auf den Bauch auftrage. Da kann man schön den Body darüber machen, dass sie es sich wieder nicht anfassen. Auf die Brust würde ich dir nicht empfehlen, ätherische Öle zu geben für dein Kleinkind. Das ist einfach zu nah am Gesicht und auch auf dem Hals nicht. Nicht mit den Atemwege ist das einfach zu viel. Mach das einfach nicht, sondern nimm lieber erst mal andere Wege. Das muss einfach nicht sein. Du kannst es aber natürlich einfach in deinen Ermessener machen. Das ist nur eine Empfehlung von mir. Dann die zweite Möglichkeit, wie du ätherische Öle anwenden kannst, und das habe ich gerade auch schon einmal angesprochen, ist über den Diffusor. Diffusor ist für mich persönlich ein absolutes Must-Have mit Kindern, denn es ist so schön und so einfach, mit Kindern mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Denn wer das nicht kennt, ein Diffusor, da kommen in so einen Diffusor die Öle hier einen Tropfen rein. Man fängt da auch wirklich, egal welches Öl du verwendest, wenn du mit deinem Kind anfängst, damit zu arbeiten, fang immer erst mal mit weniger an. Mach einen Tropfen rein und dann beobachte erst mal, wie geht es meinem Kind. Dann fängt man auch an, wirklich erst mal 10 Minuten den Diffusor anzuschalten. Das vernebelt, das verdampft die Öle im Raum. Dann kommt dann hier so ein Wasserdampf raus. Ich habe hier hinten auch noch mal einen stehen. Genau, da kann man das wundervoll sehen. Kann man das sehen? Ich weiß gar nicht genau. Genau, und dann verteilt sich das im Raum. Und dann verteilt sich das im Raum. Und das Kind kann das einfach passiv einatmen und von den Ölen profitieren. Und natürlich nicht nur dein Kind, sondern du und die ganze restliche Familie auch. So, als nächstes möchte ich dir mal ein paar verschiedene ätherische Öle vorstellen, die ich ganz wunderbar bei der Arbeit mit ätherischen Ölen finde. Und als erstes habe ich ja schon das Balance-Öl dir vorgestellt. Das habe ich wirklich ab Geburt an verwendet. Das ist einfach ein super sanftes Öl. Eine erdende Mischung. Das verwende ich immer ganz gerne, wenn ich merke, meine Kinder sind irgendwie gerade überfordert. Das ist irgendwie alles recht viel. Die haben sehr viele Einflüsse von außen und müssen das Ganze erstmal verarbeiten und haben sehr viele Reize von außen, um da so ein bisschen wieder runterkommen zu dürfen. Das nehme ich auch ganz gerne, wenn sie von Kindergarten nach Hause kommen oder ähnliches, damit sie einfach so ein bisschen wieder zurückkommen, runterkommen dürfen und aber dabei nicht müde werden, sondern einfach, ja, eine entspanntere Stimmung haben. Das Weihrauchöl hat da eine ganz ähnliche Wirkung. Das kannst du ebenfalls dafür einsetzen. Ich habe ganz tolle Erfahrungen auch damit gemacht, wenn Milan den Husten hat oder auch die Kleine, denn das ist auch wieder ein sehr sanftes Öl. Das Weihrauchöl, das kannst du auch bei Kleinkindern und Babyschön einsetzen. Und für mich ist das auch immer ein absolutes Must-Have-Öl in der Erkältungszeit. Außerdem merkt man da immer richtig schön, wie die Kinder entspannen, runterkommen können und ich benutze das auch ganz viel dann, wenn es Richtung Schlafen geht oder Entspannung einfach. Ein weiteres Öl, das sehr kinderfreundlich ist und das bei jedem Alter super eingesetzt werden kann, ist das Teebaumöl. Teebaumöl ist auch ein sehr universelles Öl. Das benutze ich auch immer ganz gerne, wenn eine Erkältung im Raum ist. In der Erkältungszeit haben wir das immer sehr gerne im Diffusor. Das benutzen wir auch gerne auf der Haut. Das ist ein tolles Hautöl. Bei der Mila hat es schon öfter mal geholfen, wenn dann irgendwelche Ausschläge oder Juckreize oder Stiche waren. Da haben wir ganz tolle Erfahrungen gemacht und ist eben da ein toller Unterstützer. Und außerdem ist es auch ein cooles Öl, das man gut auf die Kopfhaut geben kann. Das haben wir dann immer dann, wenn im Kindergarten wieder die Zeit ist, wo die Flöhe oder die kleinen Tierchen so kommen. Da ist das einfach super für die Haare. Vielleicht habt ihr es auch gesehen. Mein Roller war zum Beispiel auch ein Teebaumöl Roller. Den Teebaumöl Roller, den gebe ich immer ganz gerne auch um die Ohren rum auf. Wenn die Mila Ohrenschmerzen hat, hat sie das immer ganz gerne hier rum. Oder eben auch, um es einfach auf die Haut, auf das Hautthema so ein bisschen bei ihr aufzurollern. Lavendelöl ist das nächste Öl. Das ist ein absoluter Must-Have, finde ich persönlich. Das läuft bei uns wirklich jede Nacht im Diffusor. Und man merkt einfach, seitdem schlafen die Mädels einfach sehr viel besser, sehr viel ruhiger. Ich benutze es auch super gerne, auch wieder bei Hautthemen oder auch um die Ohren mit rum. Da mache ich auch oft gerne eine Mischung aus Teebaumöl und Lavendel. Und es ist eben auch ein sehr sanftes Öl. Auch oft sind die beiden in der Mischung im Diffusor drin, wenn eine Erkältungszeit ist. Ja, und Ähnlichem. Dann geht es weiter mit Eukalyptus. Eukalyptus, das ist wichtig, da gibt es unterschiedliche Eukalyptus. Und zwar gibt es vom Eukalyptus verschiedene Eukalyptus-Pflanzen. Und nicht jedes Eukalyptus ist für die kleinen Kinder eben gut geeignet. Vielleicht kennst du das Barbix aus der Apotheke. Mein Kinderarzt, der verschreibt das immer ganz gerne. Das ist zum Beispiel auch reines Eukalyptusöl. Und das wird für die Babys verschrieben. Und das soll man dann, das vom Arzt verschriebene Barbix-Eukalyptusöl, das kommt dann ans Bettende, ans Bettlaken, soll man ein Tröpfchen hingeben in der Erkältungszeit. Damit es einfach bei der Atmung die Kinder unterstützen kann. Und ja, dieses Eukalyptus hier ist eben von doTERRA. Das ist auf jeden Fall auch das kinderschonende Öl. Dass du auf jeden Fall das reine, wo hier Eukalyptus draufsteht, das kannst du auch super verwenden. Das könntest du zum Beispiel ähnlich wie mein Kinderarzt, das mir den Barbix empfohlen hat, ans Bettende vielleicht ein Tröpfchen machen. Ich mache es viel, viel lieber einfach in Diffusor rein. Denn es verteilt sich im Raum und ist nicht so punktuell an einer Stelle, von wo es kommt. Und das Kissen nimmt es nicht nur oder die Matrasse nimmt es nicht nur auf, sondern es darf sich im Raum einfach verteilen. Mein absolutes Must-Have-Öl ist das Coupa Iba. Coupa Iba, das ist mein Zahnenöl für die Mädels. Und das habe ich bei dem Mila immer verwendet, weil bei ihr war das ganz schlimm mit dem Zahnen. Wir haben dann alles Mögliche ausprobiert, um sie zum Schlafen zu bringen, dass sie besser schlafen kann. Und trotzdem kam sie alle 20 Minuten in der Nacht. Und das ging über ein halbes, dreiviertel Jahr hinweg ganz schlimm. Bis ich dann zu den Ölen kam und auf das Coupa Iba gestoßen bin. Ich habe das dann verwendet und das ist ein sehr schonendes Öl auch für die Kinder. Ich habe mir davon dann einen Roller gemacht auch wieder. Das ist der da hier. Den habe ich dann äußerlich bei denen einfach hier so direkt an die Backen geschmiert. Das riecht auch überhaupt nicht und mit dem ist es auch für die Atemwege kein Problem. Und ich habe das dann auch gerne auf den Finger aufgetragen und gerne auch mal aufs Zahnfleisch. Natürlich gut verdünnt und das ist einfach ein super Helfer in dem Thema gewesen. Also seitdem hat die Mila dann wesentlich besser geschlafen und die Nächte waren sehr viel leichter. Und bei der Kleo haben wir das dann gleich direkt gemacht. Zwei weitere Öle sind einmal die Mandarine und einmal das Wild Orange. Das sind beides so ein bisschen gute Launeöle, die allerdings gleichzeitig eben nicht die Stimmung hochhauen, so dass die Kinder vielleicht hochdrehen und überdrehen. Gerade bei kleinen Kindern, die haben ja eh immer schnell zu viel Input. Deswegen ist vielleicht Zitrone nicht das ideale Öl für die. Wenn man es ein bisschen in den Diffusor mit reintut, ist vollkommen okay Zitrone. Aber ich bin doch eher ein größerer Fan von Mandarine oder Wild Orange, um die da mit in den Diffusor zu tun. Das sind einfach auch schöne Öle, gerade auch vielleicht für die Nacht. Um eben bei Mila hilft es immer super, wenn sie so ein bisschen ängstlich ist, dass es ihr einfach hilft, nicht mehr so viel Angst zu haben und da so ein bisschen entspannter zu sein. Und ja, das habe ich immer ganz gerne zum Beispiel in der Mischung mit Lavendel zum Schlafen im Diffusor, aber auch für tagsüber, weil es einfach gut riecht, auch wieder so ein bisschen erdend ist und die Stimmung einfach so ein bisschen ausgleicht. Jetzt gibt es noch ein paar Öle aus der Kids Collection von doTERRA und ich habe sie in meinem anderen Video, ätherische Öle für Kinder, die ganze Kids Collection einmal kurz vorgestellt. Das könnt ihr euch gerne hier einmal nochmal anschauen. und da möchte ich jetzt aber nochmal zwei, drei Öle vorstellen, die ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne bei meinen Babys und Kleinkindern angewendet habe und gebraucht habe. Einmal ist es der Calma. Calma ist auch so eine Alternative vielleicht zum Lavendelöl. Das sind schon fertige Ölmischungen, die so wie sie sind, einfach direkt verwenden kannst und das ist eine Mischung speziell zum Thema Schlafen und Entspannung. Dann gibt es ein Öl, das ist der Rescure. Das ist auch ein schönes Öl beim Zahnen, wo ich dann mal auf die Backen gebe oder bei der Mila hilft es auch immer ganz gut, wenn sie Wachstumsschmerzen hat oder sie hat tatsächlich oft Rückenprobleme und ich habe das Gefühl, sie ist sehr verspannt und angespannt und beißt dann auch und beim Verarbeiten, wenn sie sehr viele Eindrücke von außen hat, dann ist das ein schönes Öl und ich merke oft abends, wenn ich das dann nochmal abends vor mir ins Bett gehen nochmal drauf mache, dass sie da richtig runterkommt und ihre Muskeln auch zur Ruhe kommen dürfen und sie da einfach unterstützt. Ein weiteres Öl ist der Thema und Thema ist eine Mischung für den Bauch und ich liebe den. Ich habe den tatsächlich von Anfang an bei meiner Kleinen, bei der Cleo, für die drei Monatskoliken schon verwendet, erst an den Fußsohlen und habe es ihr dann auch auf den Bauch aufgerieben und mir hat das wirklich die Zeit so ein bisschen gerettet, also das war echt ein ganz, ganz toller Unterstützer. Diese drei Öle sind schon echt coole Öle für die Kleinkindzeit, wobei ich eigentlich die ganze Kids Collection ganz cool finde, aber wie gesagt, schau dir das Video dann nochmal separat dafür gerne an. So, das waren ganz, ganz viele Öle, ganz, ganz viele Infos. Wenn du noch keine Öle hast oder wenn du gerade erst anfangst mit der Arbeit mit ätherischen Ölen, dann lege ich dir wirklich ans Herz, mach das zusammen mit einem Berater. Bei doTERRA ist das coole und das habe ich schon öfter mal erzählt in meinen anderen Videos, wenn du es noch nicht gesehen hast, du kriegst bei doTERRA einen Berater immer kostenlos zur Seite gestellt und zusätzlich kriegst du noch 25% auf alle Einkäufe und wie das Ganze funktioniert. Schau dir entweder dazu nochmal mein anderes Video an oder schreib mir gerne einfach direkt, komm mit mir in Kontakt. Ich berate dich kostenlos, komm einfach indem du mir unten hier in meiner Beschreibung steht der Link mit meinem WhatsApp-Kontakt, kannst du mir direkt schreiben. Darfst gerne aber auch mal auf meiner Homepage vorbeischauen und da mit mir in Kontakt kommen oder auf meinem Instagram mal vorbeischauen und da teile ich auch immer wieder gerne, wie ich die ätherischen Öle im Alltag bei mir und bei den Mädels mit einbaue und ja, freue mich sehr, wenn wir in Kontakt kommen. Wenn du schon einen Berater hast, dann nimm den immer gerne mal zur Hilfe, frag nochmal nach, wie kann ich das dann einsetzen und dann hoffe ich, dir hat dieses Video gefallen und dich inspiriert, auch mit deinen Kleinkindern oder den Babys mit in ätherischen Ölen zu arbeiten, weil für mich ist es einfach so toll, seitdem ich das habe, hat es unglaublich viel erleichtert und ja, bin super dankbar, dass ich das habe und ja, wenn du da noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mir sehr, sehr gerne und wenn dir mein Video gefallen hat, dann zeig mir das gerne mal in Form von einem Gefällt mir oder vielleicht auch in Form von einem Kommentar und dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast, aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine Folge verpasst und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut!